da sind wir live ganz frisch sozusagen so der titel des streams lautet ja ich habe jeder mir gepost bekommen im endeffekt es gibt post aus den usa es gibt post von mini meepie briggs und eine besondere ankündigung die worauf ich mich sehr freue dass ich sie euch hier geben kann ich weiß noch gar nicht so genau womit ich anfangen soll ich glaube ich fange mit dem paket von mini meepie briggs an und zwar hat die gute mini meepie briggs mir ein paket geschickt und das ist das hier ich bin so aufgeregt du bist auch wahrscheinlich ich weiß gar nicht warum aber du scheinst aufgeregter zu sein als ich das ist viel witziger so okay jetzt habe ich auch verstanden ich war nämlich gerade ein bisschen irritiert so und zwar in dem paket ist dieses diese rolle hier mit dem bild öffne mich zuerst und ich habe dann in das paket geschaut und dachte mir so hey warum soll ich das zuerst öffnen wenn da nichts weiter drin ist und dann habe ich aber hier noch was kleines gefunden und zwar das hier öffne mich als zweites so okay wie gesagt wird ein live reaction video im endeffekt ich habe noch nichts davon gesehen und ich bin auch ziemlich gespannt gerade obwohl es jetzt schon glaube ich zwei oder drei tage hier steht aber ich wollte es ja mit euch zusammen machen gun major servus so moment jetzt bin ich gerade irritiert was auf der rückseite steht irgendwas steht auf der rückseite verpackt in einem haargummi sehr schön aber den brauche ich nicht so jetzt bin ich wirklich gespannt ja wie geil sehr cool alter falter ja